Pusteblume Mein Hund Willi träumt vom Saufen Und die Zunge hängt ihm raus Rufe ich ihn, will er nicht laufen Nein, er liegt nur faul vorm Haus Ich bin ihm ganz einerlei Hunde haben, Hunde haben Hunde haben, Hitze frei Und was ist mit den Kindern? Eine Kuh soll fleißig fressen Gras und ab und zu ein Kraut Doch wenn's heiß ist, schmeckt kein Essen Sie liegt nur im Gras und kaut Und sie schläft fast ein dabei Da, dumm, dumm, dumm Kühe haben, Kühe haben Kühe haben, Hitze frei Und was ist mit den Kindern? Auch das Huhn steht in der Sonne Wie an einem Badestrand Kann nicht schwimmen, doch mit Wonne Wälzt es sich im heißen Sand Heute leg's bestimmt kein Ei Da, dumm, dumm, dumm Hühner haben, Hühner haben Hühner haben, Hitze frei Und was ist denn nun mit den Kindern? Fink und Starr und auch der Amsel Ist die Hitze gar nicht lieb Heute halten sie den Schnabel Und ich höre keinen Piep Nicht die kleinste Melodie Da, dumm, dumm, dumm Vögel haben, Vögel haben Vögel haben, Hitze frei Also wirklich, was ist denn nun mit den Kindern? 27 Grad ist sicher Da macht auch die Schule Pause Los ihr Kinder, nehmt die Bücher Auf zum Baden, geht nach Hause Denn wer schwitzt, lernt nichts dabei Da, da, dumm, dumm, dumm Kinder haben, Kinder haben Kinder haben, Hitze frei Na bitte Was machst du denn jetzt? Ich hoffe, ein Rieseneis Und was willst du jetzt machen? Opfer's Garten Und was macht ihr? Wir gehen mal hin Na, zum Denken ist es auf jeden Fall zu heiß Die Kinder können jetzt faulenzen Die Idee mit dem Garten, die finde ich eigentlich prima Ich gehe jetzt auf, Frau Lenzen Kommt ihr mit? Na, heute bin ich auch froh, dass ich so schöne hohe Bäume hier habe Da kommt die Sonne nicht durch Und es gibt einen herrlichen Schatten Kühl ist es hier So, jetzt fühle ich mich schon wohler Ja, das hier Das ist mein Schattensitz Hier kann man es doch aushalten Es ist wie ein Wohnzimmer im Grün Und da drüben Da habe ich was gebaut Das, das muss ich euch zeigen Ist noch nicht ganz fertig Aber immerhin, hier Das ist sie Meine Sonnen-Wind-Maschine Oder Wind-Sonnen-Maschine Je nachdem Guckt es euch mal an Ja, das ist ein Klogriff Jetzt werdet ihr fragen Was soll denn der hier auf der Wiese Aber, Moment Das hier ist ein elektrisches Messinstrument Hier habe ich ein Motor angebaut Und das hier ist ein Ventilatorflügelrad Das habe ich alles auf dem Schrott gefunden Nur nicht den Regenschirm Da oben Das ist mein eigener Aber heute regnet es nicht Ich brauche ihn nicht Und da habe ich ihn hier mit dran gebaut Tja, und wozu die Maschine gut ist? Ganz einfach Hier vorne ist ein Ventilator Der macht kühle Luft Und immer wenn mir zu heiß ist Stelle ich mich einfach davor So Naja, jetzt läuft er ja noch nicht Der muss ja erst angetrieben werden Vom Motor hier Und das hier ist ein Elektromotor Der treibt Den Ventilatorflügel Tja Nun weiß ja jeder Ein Elektromotor braucht Strom Logisch Aber Seht ihr hier irgendwo Strippen oder Kabel Oder Steckdosen? Nö Brauche ich auch gar nicht Ich habe was viel besseres Das will ich jetzt mal holen Unter dieser komischen Käseglocke hier Sind ein paar ganz eigenartige Scheibchen Guckt sie euch mal an Das sind Sonnenzellen Solarzellen Und diese Scheibchen können nun etwas ganz Besonderes Wenn da nämlich Sonne drauf fällt Machen die Strom Die machen aus Sonnenlicht Strom So, dann wollen wir diese fabelhaften Zellen mal montieren Und zwar hier oben So Ja, sehr schön Jetzt das Kabel anklemmen Einmal Und zweimal So Jetzt fällt das Sonnenlicht oben rein Unten kommt der Strom raus Und der läuft dann hier über das Kabel in den Motor Und der Motor dreht sich Das heißt, der kann sich ja noch nicht drehen Ich muss ihn ja erst mal einschalten Und das hier ist mein Einschalter Achtung, fertig, los Es funktioniert Ist doch fabelhaft, was so ein Schirm alles kann Das ist mein Ein- und Ausschalter Schirm weg Jetzt fällt die Sonne oben drauf Und der Ventilator dreht sich Jetzt wird der Schirm die Sonne abdecken Kein Strom mehr Ventilator bleibt stehen Ja Na nun ist es doch eigentlich ganz klar Wer mir den Ventilator treibt hier Hm Ja Die Sonne Ja Deshalb heißt es ja auch Sonnenmaschine Die Sonne, die hat so viel Kraft Die könnte also Millionen solcher Maschinen treiben Und noch viel größere Und diese Kraft, die sollte man doch benutzen Und einige tun das auch schon Alle Häuser haben eine Heizung Für die Wärme im Winter und für warmes Wasser Und diese Heizungen brauchen Öl, Kohle oder Gas Damit es warm wird Dieses Haus hier aber hat etwas ganz Besonderes Da oben auf dem Dach Seht ihr es? Das ist kein Fenster Sondern ein Sonnenkollektor Ja Hier wohnt einer, der sich gedacht hat Die Sonne scheint sowieso aufs Dach Das nutze ich aus Ich lasse die Sonnenstrahlen auf diese Scheiben fallen Hinter den Scheiben ist Wasser Und dieses Wasser wird von der Sonne ganz umsonst warm gemacht Hier kommt es dann raus In der Küche Und im Badezimmer Schönes, heißes Wasser vom Dach Das nichts extra kostet Denn die Sonne wärmt umsonst Auch wenn die Sonne schon untergegangen ist Können die beiden hier noch baden Das Wasser bleibt warm bis morgen früh Und dann heizt die Sonne ja wieder Die Sonne heizt ja auch unsere Flüsse und unsere Seen Sodass man sich im Wasser wohlfühlen kann Und hier mein Badewasser hat sie ja auch aufgeheizt Na dann kann sie doch auch das Wasser heizen Was im Badezimmer aus dem Hahn kommt Aber warum kann sie das eigentlich? Ja, weil ich hab da gerade was gelesen Die Sonne ist ja ein riesiger Feuerball Hier auf dem Bild kann man das deutlich sehen In der Mitte hier ist es entsetzlich heiß Und am Rand sieht man Feuer Richtige Flammen schießen hier oben raus Ein Feuerball Und natürlich so hell Dass man da mit bloßem Auge nicht reingucken kann Das kann man aber mit einem dunklen Glas Ich hab hier so eins Na, gucken wir mal rein Ja, was sehe ich? Eine helle, runde Scheibe Die lodernden Flammen kann man so allerdings nicht sehen Aber das ist gut so Sonst würde man womöglich Angst bekommen Vor diesem riesigen Ofen da oben Na, bloß gut, dass die Sonne so weit weg ist Denn immerhin ist es da oben ein paar Millionen Grad heiß Aber auf dem Weg hier runter geht die meiste Hitze verloren Und deshalb haben wir heute hier unten im Schatten nur 27 Grad Aber das langt ja für hitzefrei Ah! Ha, jetzt hab ich mir fast ein Loch in die Hose gebrannt Man sagt ja auch, brennen las Und wie funktioniert's? Na, ganz einfach Hier oben fallen die Sonnenstrahlen rein Und unten kommen sie wieder raus Hier sieht man's ganz deutlich an dem hellen Fleck auf meiner Hand Und wenn ich jetzt das Brenntler so ein bisschen bewege Ich zieh's mal etwas weiter weg Dann wird dieser helle Fleck kleiner Ja, und das heißt doch, dass alle Sonnenstrahlen, die oben reinfallen sich jetzt da unten furchtbar drängeln müssen Und jetzt zieh ich's noch ein bisschen weiter weg Sie drängeln immer mehr Der kleine Fleck wird immer kleiner und immer heißer natürlich Immer heißer, immer heißer Ah! Jetzt hab ich mich verbrennt Ja, aber eigentlich könnte man ja auch was Vernünftiges damit anfangen Ich hab da vorhin ein bisschen Holz vorbereitet zum Grillen Da könnte ich doch mal sehen, ob ich das nicht vielleicht mit dem Brennlass anzünden kann Wollen wir doch mal sehen Müsste doch funktionieren Na, ja, da, da qualmt's schon Ja, ja, es klappt Ich hab mit der Sonne meinen Grill angezündet Ja, gut Jetzt bin ich aber auch ganz schön ins Schwitzen gekommen Ach, ist mir heiß Na, ich bin ja vielleicht ein Düssel Dass mir das passieren konnte Ich sitze hier und schwitze und schwitze Und dabei hab ich einen schwarzen Hut auf Ja, das liegt am schwarzen Hut Glaubt ihr nicht? Pass mal auf Ich zeig euch was Zwei gleiche Hüte Normalerweise trage ich den hier, den weißen Und jetzt zeig ich euch mal, warum Zwei Hüte Ein heller und ein dunkler Dann ein Thermometer Und noch ein Thermometer Die haben jetzt beide genau 27 Grad Ja, so Jetzt unter den Hut damit Einmal Zweimal Schön Jetzt haben wir ein bisschen Zeit Wir müssen warten Da könnte ich mir doch Einen kühlen Schluck genehmigen Na, mein Feuer ist ja schon soweit Da werde ich erst mal die Würstchen drauflegen So Sehr schön Und jetzt Die Flasche Eine schöne, kühle Limonade Ja Fabelhaft Schön kühl Aber nicht zu kalt Jetzt werdet ihr euch sicher wundern Wieso denn meine Limonade so schön kühl geblieben ist Obwohl sie hier die ganze Zeit mitten in der Sonne gestanden hat Ganz einfach Das liegt an diesem nassen Lappen hier Und warum? Ich erkläre es euch Ihr könnt da selber auch mal mitmachen Passt mal auf Blast mal über eure Hand So Na, ist ein bisschen kühl Aber jetzt Leckt mal drüber So richtig kräftig Und jetzt nochmal blasen Richtig kalt Wirklich kalt Und woran liegt das? Die Spucke auf meiner Hand Die trocknet jetzt ein bisschen Wenn ich drüber blase So Die trocknet und verdunstet Und immer wenn was verdunstet Wird es kalt Und dasselbe passiert hier In meinem Lappen Das Wasser in dem Lappen verdunstet Und die Flasche da drunter Mit der Limonade Wird kalt Tja So einfach ist das Ähm Himmel, meine Würstchen Die müssen doch hier zu weit sein Na, wie sieht's denn aus? Ja So Wie schmecken sie denn? Hm Die können noch ein bisschen Da schaue ich erst mal Nach meinen Hüten Na, jetzt bin ich mal gespannt So, so Aha Ich hab's doch gewusst Es hat doch am dunklen Hut gelegen Denn unterm hellen Hut Da haben wir Über 30 Grad Und unterm dunklen Hut Über 50 Grad Da stößt es fast oben an Ja Woran liegt das aber? Ist ganz einfach Alles Helle Wirft die Sonnenstrahlen Wieder zurück Und alles Dunkle Hält die Sonnenstrahlen fest Und dann ist es natürlich Unter so einem dunklen Hut Viel, viel wärmer Als unterm hellen Und das kann man ganz leicht Selber ausprobieren Wenn man mal An Autos vorbeigeht Und dann fast mal Mit der Hand Auf die Autodächer Wenn die Sonne scheint Aber verbrennt euch nicht Die Hand am dunklen Autodach Ist ganz schön heil Ja Deshalb werde ich jetzt auch Meinen hellen Hut aufsetzen Das ist schon mal besser im Sommer So Ach Badet der da? Ha Dem ist wohl auch zu heiß Aber Moment Das kann gar nicht sein Die Vögel hier waschen sich nur Die Hitze macht denen doch gar nichts aus Denn die haben ja Federn Und unter den Federn Ist es immer gleich warm Der Hund muss sich da Was anderes einfallen lassen Ja Der lässt die Zunge raushängen Die ist feucht Die Feuchtigkeit verdunstet Und das gibt Kälte Wie vorhin bei meiner Limonadenflasche Übrigens Wenn wir schwitzen Machen wir auch nichts anderes Wir werden ein bisschen nass Das verdunstet Und Na ihr wisst schon Wildschweine können nicht schwitzen Und auch nicht die Zunge raushängen lassen Die machen es wieder anders Sie nehmen ein Schlammbad Das gibt einen schönen feuchten Schlammwickel Der verdunstet Und kühlt Bloß muss man hinterher die trockene Kruste Wieder abschubbern Aber das tut auch gut Und wenn es dann wieder zu warm wird Noch mal rein in den Schlamm Also ich finde Das macht viel mehr Spaß Als nur zu schwitzen An einem so heißen Tag Wie heute Sind die Tiere Meist genauso müde und schlapp Wie wir auch Die bewegen sich nur Wenn sie Hunger haben Oder wenn sie in Gefahr sind Dem Fuchs Hängt auch die Zunge raus Und der Storch sucht ganz offensichtlich Etwas zu essen Das wäre was für ihn Eine Blindschleiche Oder die Eidechse hier Pass auf Den Insekten macht die Hitze nichts aus Die Biene ist jetzt natürlich am fleißigsten Und alles summt und brummt Ein richtiges schönes Sommerkonzert ist da Nur nehmen nicht alle daran teil Käfer und Schmetterlinge Sind still und haben was anderes zu tun Die suchen Nahrung Der Mistkäfer auch Der hört lieber zu Aber das hier Das ist der Vorsinger Die Grille Das heißt Nur die Männchen zirpen den ganzen Tag Für wen? Für die Weibchen Heute ist noch jemand sehr fleißig Denn hier im Kornfeld Ist das Getreidereif Und da gibt es eine Menge Arbeit Für den Bauern Er muss ernten Und das möglichst schnell Denn wer weiß Ob sich das Wetter hält Da kommt er Mit dem leeren Wagen Und wird gleich umsteigen Auf den Mähdrescher Ja Auf dieses Ungetüm hier Er sitzt ganz alleine Obendrauf und lenkt Den Rest Macht die Maschine Vorne mäht sie das Getreide Also sie schneidet es ab Und hinten spuckt sie das Stroh aus Die leeren Ähren Und die Halme Aus dem langen Rohr Kommt dann das Korn Und wird abtransportiert Übrigens fällt euch da was auf? Der Traktor und die Wagen wackeln so Das Bild flimmert Das macht die heiße Luft Über dem Kornfeld Ach du lieber Himmel Das ist ja Ich hab doch so aufgepasst Hab alles mit Steinen ausgelegt Na ja Wenn es so heiß ist Dann ist das Gras trocken Dann genügt ein Funke Und schon brennt eines Ja So Ja Hier war vielleicht auch nur ein Funke schuld Ein Zigarettenstummel Oder ein kleiner Würstchengrill Und jetzt brennt der ganze Wald Da verbrennt nicht nur eine Menge Holz Auch die Menschen sind in Gefahr Und die Tiere natürlich Die im Wald leben Viele werden sich aus diesen Flammen Nicht mehr retten können Da muss gelöscht werden Aber wie? Feuerwehr Natürlich Aber auch viele Feuerwehrwagen Werden es sehr schwer haben Gegen diesen Brand anzukommen Die Löschaktion muss besprochen werden Und Hubschrauber müssen helfen Denn die können von oben löschen Das hier ist ein Wassersack Der wird am Hubschrauber befestigt Und hochgezogen Über dem brennenden Wald Wird dann damit gelöscht Da wo die Feuerwehr nicht hinkommt Es kann wochenlang dauern Bis so ein Riesenfeuer gelöscht ist Man braucht viel Wasser dazu Und Wasser ist knapp im Sommer Also denkt dran Seid vorsichtig mit Feuer So, jetzt müsste es eigentlich aus sein Ja, jetzt kann nichts mehr passieren Da könnte ich eigentlich ein kleines Nickerchen machen Ja So eine Hängematte Das ist was Feines Man hängt mitten in der frischen Luft Hoppla Und es schaukelt so schön Der Wetterbericht im Fernsehen Und im Radio Hatte eine große Hitzewelle angekündigt Auch die Tageszeitungen waren voll davon Und die Leute auf der Straße Redeten von nichts anderem mehr Wie überall im Lande Bereiteten sich auch die Einwohner Von Großkletzenbach Auf die große Hitzewelle vor Die Brauereien Und Limonadefabriken Arbeiteten Tag und Nacht Das kleine Kaufhaus in der Stadt Bestellte sofort einen Güterzug mit Tropenhelmen, Badehosen und Fächern Man würde diese bei der großen Hitze Notwendig brauchen Der Kommandant der freiwilligen Feuerwehr Ermahnte seine Feuerwehrleute Zu besonderer Wachsamkeit Der Stadtrat beriet hinter verschlossenen Türen Was denn im Falle einer Hitzekatastrophe Im Einzelnen zu unternehmen sei Und der Direktor der Schule In seiner Freizeit Ein tüchtiger Amateur-Höhlenforscher Schlug vor Dass man die Bevölkerung von Großkletzenbach In die Tropfsteinhöhlen vor der Stadt Evakuieren solle Denn dort, so sagte er Sei es schon kühl und feucht Obertimpe, der, wie er immer sagte In jungen Jahren einmal in Afrika gewesen war Glaubte deshalb von der Hitze Besonders viel zu verstehen Er erzählte jedem, der es wissen wollte Oder nicht Dass Schwarztee mit Zitrone Das beste Getränk sei Das man bei Hitze zu sich nehmen könne Wie ihr seht Waren die Großkletzenbacher durchaus bereit Den Kampf mit der Hitze aufzunehmen Mit allen Mitteln Sogar mit Schwarztee und Zitronen Einige versprachen sich sogar Ein Geschäft von der großen Hitzewelle Und einer von ihnen war Norbert Nim Norbert Nim War reich Aber er wollte noch reicher werden Er erschien eines Abends Bei Emilio Gelati Dem Besitzer der Eisdiele In Großkletzenbach Emilio, sagte er Ich brauche Eis 1500 Tonnen Eis 500 Tonnen Schokoladeneis 500 Tonnen Vanilleeis Und je 250 Tonnen Erdbeer und Zitrone Emilio lachte Weil er glaubte Dass Norbert Nim Einen Witz machen würde Und fragte ihn Ob er denn eine Schüssel bei sich habe Norbert aber war gar nicht zum Scherzen zumute Und er wurde furchtbar grob Und drohte Emilio mit der Kündigung Unglücklicherweise Gehörte ihm auch das Haus In dem Emilio seine Eisdiele hatte Und so arbeitete Emilio Tag und Nacht Und machte Eis Das beste Eis der Stadt 1500 Tonnen Große Lastwagen Fuhren das Eis zum Kühlhaus Der landwirtschaftlichen Genossenschaft Das Norbert Nim Für sich allein gemietet hatte Dort wollte er das Eis lagern Um es dann während der großen Hitze Ganz schrecklich teuer An die Großkletzenbacher verkaufen zu können Endlich war das Kühlhaus voll Bis an die Decke voll mit Speiseeis Dem besten von Großkletzenbach Norbert Nim Verschloss die Tür Band sich den Schlüssel um den Hals Und setzte sich vor dem Kühlhaus Auf einen bequemen Campingsessel Denn er wolle seinem Schatz Möglichst nahe sein und ihn bewachen Dick und zufrieden saß er da Und träumte von seinem Gewinn Und bemerkte gar nicht Dass durch die Tür des Kühlhauses Ein kleiner Milchgerbach rann Der nach Vanille und Schokolade Und Erdbeer und Zitronenroch Das kostbare Eis begann zu schmelzen Was war geschehen? Nun ganz einfach Der Strom war ausgefallen Und die Kühlung funktionierte nicht mehr Eine Katastrophe! Norbert Nim war wach geworden Und versuchte verzweifelt Das davonfließende Eis aufzufangen Vergeblich Der Bach wurde immer größer Und dann mit einem Riesenknall Sprang die Tür des Kühlhauses auf Und 1500 Tonnen bestes Speiseeis Quollen und Flossen Durch die Straßen von Großkletzenbach Und oben auf dem Eis Wie ein Schwimmer auf einer Woge Saß Norbert Nimf Die Leute lachten Und hatten einen Riesenspaß Alle liefen so schnell Sie konnten um Eimer, Schüsseln Und Wannen zu holen Jeder wollte von dem unerwarteten Segen etwas abhaben Man füllte die mitgebrachten Gefäße Lief nach Hause Kam zurück Füllte wieder Ein ganz Gieriger kam mit einer alten Badewanne Aber so viel Eis die Leute auch mitnahmen Es wurde kaum weniger Der Eisstrom nahm seinen Weg durch Großkletzenbach Der gesamte Verkehr war blockiert Autos waren zusammengestoßen Der Eisstrom stoppte alles und jeden Bis er sich in dem Teich im Stadtpark ergoss Die Menschen waren außer Rand und Bann Sie tanzten und sangen Die Kinder sprangen in die köstliche Eisbrühe Beschmierten sich Und leckten sich wieder ab Es war geradezu wie im Schlaraffenland Der Polizei gelang es erst nach einiger Zeit Das Verkehrschaos aufzulösen Die Feuerwehr hatte die Straßen gesäubert Und alles war wieder so wie immer Opa Timpe erzählte von Afrika Emilio verkaufte sein Eis Und Norbert Nimm? Nun, der erhielt jeden Tag neue Rechnungen Von der Polizei Der Versicherung Der Feuerwehr Von der Rechnung über 1500 Tonnen Eis Was für ein komischer Traum Ach, all das schöne Eis Einfach weggeschmolzen Und warum? Bloß weil denen der Strom weggeblieben ist Wenn die meine Maschine gehabt hätten Meine Sonnenmaschine Dann wäre das denen nicht passiert Denn meine Maschine macht ja aus Sonne Strom Und sie macht kühle Luft Hey, das wäre überhaupt das Richtige für mich? Ja Wisst ihr noch, wie sie funktioniert? Schirm weg So Jetzt fällt Sonne oben drauf Unten kommt Strom raus Und läuft in den Motor Und der Motor dreht sich Und der bewegt den Ventilator So Jetzt werde ich hier eine ganze Weile Davor stehen bleiben Ihr könnt getrost schon mal abschalten Denn die Sendung ist zu Ende Heute kommt nichts mehr Tschüss Abschalten Pusteblume Jusper Davorien Das istället Davorien Amen.